man wisst ihr eigentlich müsste ich für das lange warten der passbehörde eigentlich selber ein geld dafür kriegen und es macht mich wirklich traurig dass man die menschen hier so in stich lässt also diese behörden heinses wenn immer höflicher nicht weiß nicht was die für ein problem haben aber es werden noch erhören ja dem pass habe ich jetzt erledigt aber dass hier diese security ist oder der security hier sehr unhöflich zu mir ist dieses verhalten toleriere ich echt nicht also wenn ich so mit menschen umgehen würde da kann ich wie gesagt nur sagen gute nacht weil diese höflichkeit die akzeptiere ich überhaupt nicht die der mann sich von sich gegeben hat und ich muss mir noch gut überlegen ob ich wieder zu diesem selben passamt kommen weil es ist eine frechheit wie man hier mit menschen umgeht die passbehörden sind zwar sehr okay aber das security nee eine glatte eins minus tschüss